Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Es waren zwei Königskinder, das ist eigentlich ein Volkslied, glaube ich. Wenn wir das Lied gesungen haben, habe ich immer geweint, weil am Schluss sind beide tot. Weil Musik so ein großer Bestandteil meiner Kindheit auch war und einfach immer präsent war, ist es für mich im Grunde normal, Emotionen auch musikalisch auszudrücken. Ich konnte extrem albern sein, aber auch ganz melancholisch. Da hat sich auch nicht viel verändert. Ich glaube, Menschen sind meistens so, wie sie auch als Kind waren. Das ändert sich gar nicht so viel. Ich mache mit bei der LVR-Show, weil ich Lust habe, mit diesen super Künstlern zusammenzuarbeiten. Musik 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 Amen.